Ich wollte mal eine Sache vorweg nehmen und zwar nehmt das Video nicht zu ernst. Also ich habe es jetzt echt witzig geschnitten und ich wollte es einfach so mal ausprobieren. Und ja, trotzdem viel Spaß bei dem Video und los geht es dann nach dem Intro. Hallo Freunde, heute geht es darum, dass ich euch mal ganz kurz meine Felgen vorstellen möchte. Es gibt ein kleines Vorher-Nachher, ich werde mal versuchen so ein bisschen was Schickes für euch zusammenzuschneiden sozusagen. Und ja, mir selber auch, weil ich Bock darauf habe irgendwie. Und ja, es handelt sich um die MAM 8 oder MAM 8, wie auch immer. Die sehen ganz schick aus, die hatte ich vorher auf meinem Golf 4 und die passten halt auch auf den T4. Und ja, dann habe ich gedacht, jo, mach das einfach mal und jetzt zieht es euch rein und viel Spaß. Und ja, dann habe ich gedacht, jo, mach das einfach mal. Und ja, dann hab ich bereit. So Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ja, dann lasst einen Daumen da und wenn ihr mehr zu den Felgen wissen wollt oder so, was auch immer, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Was ich aber nochmal vorwegnehmen möchte, weil da werden bestimmt viele drauf hinaus sein. Die Traglast von den Felgen reicht für dieses Auto leider nicht aus. Das heißt, ihr müsst euren Bus ablasten lassen. Was das bedeutet, könnt ihr euch ja vielleicht mal ergoogeln oder so oder ich kann es auch gerne nochmal beschreiben. Nur das würde jetzt irgendwie den Rahmen sprengen von dem Video hier, weil ich das eigentlich gerne kurz halten möchte. Ja und wenn ihr mehr von mir und Oskar sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, also haut rein!